So, grüß Gott zusammen. Heute langsam mit Ralle. Mitch ist neu im Urlaub, ist gerade auf dem Weg zurück. Dann mit dem Tom, mit dem Julius. Justus. Genau, wie komme ich hier? Justus. Justus Jonas von den drei Fragezeichen ist das hier. Ich bin das Fragezeichen. So, was wir gerade entdeckt haben hier, die Enduro Vibes sind so fame. Guck mal, Enduro Vibes Rastplatz. Wir haben einen eigenen Rastplatz hier, Leute. Guckt euch das an. Das ist der Wahnsinn. Ja, weil er ein Bremser ist. Deswegen. Guck, weil er Angst hat, hier runterzufahren. Deswegen. Alter Lappen. Schön, Ralle. Schön. 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 Aber zu kurz, Alter. Schade. Oben war geil. Wenn einer meine Unterarme sieht, dann muss ich sagen, ich war in Nordrhein-Westfalen. Das ist unvorstellbar. Ja, Wahnsinn. Du fährst in Nordrhein-Westfalen. Nimm eine Machete mit. Ehrlich? Ich habe den Rolli natürlich da oben. Ja, Rolli, sag ich immer. Mann, bist du's? Oli, wie kommst du auf Oli? Der Rolli ist ja der, der immer fährt. Deswegen habe ich den Rolli. Den Namen, der Roland. Der Roland, ja. Der Rolli und der Arnold. Hallo. Jetzt hast du den Auto empfohlen, ne? Okay. Langsamer, langsamer, langsamer. Genau. Bei mir ist immer stiller, Ralle. Stiller. Stiller, Ralle. So, ready? Ready. Schau. Richtig schön. Richtig. Richtig schön. Richtig. 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 Dran ist immer gewährlich, alter. Geht weiter. Er macht dann wieder den Hinterrad umgesetzt. Ja, Füße. Ja, komm, du schaffst das. Jawoll. Geil. Geil. Ach, müssen wir jetzt da drüber klettern, ne? Jawoll. Jetzt da drauf und dann drüber fahren. So. Schaffen wir mal. Das ist geil. Hier bin ich noch nicht drüber geklettert, dralle. Wir müssen. Hoppala. Woa. Warte. So. Vor der großen Flug war ja noch eine Brücke. Woa. 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 Warte. Ich wollte gerade sagen. Tom sah aus, als ob er sich drauf hätte. Ja. Ja, aber. Nee, lass da. Ein Runderspiel ist schon scheiße. Ja. Du kommst gerade da. Der Brunkel ist am schwierigsten, was du machen kannst, ne? Ich habe leider keine Eins Wasser gefallen. Schade. Ich habe immer die Kamera extra an. Ja. Kannst du noch keine... Ralle wollte es eigentlich so machen. So, doch. Seht doch. Genau so. Ready, Teddy. Kein Drop mehr. Das ist hier. Ja. Das war. Das war ja. Ich soll. Ich soll. Aber da ist modern. oh Ralle, Ralle, Ralle am Boden der war rutschig, oder? ich bin total blöd, ich bin zu langsam dann müssen wir nochmal machen Vorsicht, Ralle am Boden Ralle am Boden Ralle am Boden bist du wieder? ja sicher was machst du heute, mach langsam Jungen ich weiß es nicht richtig dumme Sau oh Ralle, geht das nicht aber Ralle am Boden Ralle am Boden Ralle am Boden Ralle, Ralle 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 Du irritierst mich mit deiner Scheiße da immer Was hab ich jetzt gemacht? Du gebremst und fast auf Presse gelegt da musst du ja noch machen Okay, weiter Warte, ich wusste es nicht noch Sehr trocken heute, was? Sehr trocken, Alter Juhu Juhu Ah, hat er Hab ich kein Reifen mehr, keine Luft mehr Noch, hab ich noch Hast du gedacht? Ne Bin froh, wenn ich meine Carbon-Felge jetzt krieg Geil Leck mich fett ist die geil Super Ja Richtig cool Cool Du kannst ja beides Wenn du die Linie kennst, kannst du schnell fahren und du kannst es genießen Das war auch übelst drucken, ey Staub drucken Die Steine, die so vorstehen Auf Zugabe war fast im Anschlag Nur 10 cm versetzt und dann gehts vorbei Warte, warte, ich bin immer noch nicht Oh, der ist da Echt rum, Alter Jetzt siehst du mal Jetzt siehst du mal Was wir mitmachen müssen mit dem Weißt du, aber dann bin ich da unten und sag Komm, wir fahren hoch Warte, ist so eine Hektik Was ist das? Den Lappen hier, echt So Die Nasen Zweier Bike in der Luft Ja Jetzt ist geklommst Na, guck mal, wir müssen schon wieder warten jetzt Stop stop Siehst du? So Freunde Jetzt auch mal das Gicke Das hier ab geht Das ist das richtig schöne steile Scheiße hier Ja Junge, da kannst du das jetzt schön abheben Gehen wir ins Steile? Gehen wir ins Steile jetzt Gehen wir ins Steile? Ja, Jamal! Ist Kacke! Du brauchst hier einen, der hier gut vorfahren kann Der sich hier auskennt, aber wenn du ihn nicht kennst Weil ich weiß auch nicht mehr, wo es lang geht Dann ist es scheiße Ist schon hier richtig, oder? Guck mal, Alter Junge, ich bin so geil gefahren mit dem Typen Ich glaube, der ist da lang gefahren, ich weiß es gar nicht mehr Hier, hier, hier Hier Der ist gut gefahren, Mann Ich weiß auch nicht mehr Steil ist Geil Heute habe ich ja nur Füßchen draußen hier Ich weiß nicht Da liegt ein Bäumchen Der ist glaube ich frisch da drin Du bist richtig Du bist richtig Da ist schon das Ende hier, ne? Da ist schon das Ende jetzt Ach du Scheiße, das war es schon Ja, alles gut Alles gut, wenn du dich nicht auskennst Ich habe es nicht gewusst, ob es jetzt da geht oder da geht Deswegen habe ich auch gedacht Besser ist, wenn einer vorfährt, der sich da auskennt Weil ich wusste auch nicht mehr, jetzt Wo ich langfahren sollte Das war das einzige Kurve, dass er die machen kann Ohne Umsetzung kriegst du die Kurve Junge, ich bin denn gefahren ohne einmal ein Füßchen abzusetzen mit dem Typen Ja, aber dann ist er nicht daran gefahren Aber da gibt es keinen anderen Weg Die Linie, wo wir jetzt gefahren sind Jetzt weiß ich sie Wir können gerne mal hochfahren Die kann man langsam runterfahren Ja, wir haben noch genug vor uns Hier ist EMTB Wir können vielleicht weiter increase Haut Immer noch rein Los, jetzt wollen wir Ahnung Und das Projekt Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Nur die Szene mag ich dann noch mitnehmen. Die hauen wir schnell auf meinen Laptop. Schön. Ich habe leider vorne dich zu wenig sehen können, weil auf zwei kann man nicht schauen. Aber er hat echt super geschworen. Das irritiert mich aber immer. Schön Stab aufgewirbelt. Das sieht ja gut aus, wenn wir kurz spritzt das so hoch, die Scheiße. Mega, oder? Dann hatten wir den grünen Grat. Jetzt kommt der Grat. Der schwarze Grat. Ja, der ist aber auch. Der ist aber auch. Der ist aber auch. Der ist aber auch. Warte, der Justus fehlt. Alle Wege immer. Obwohl keine mehr da ist. Hier lang, hier lang, hier lang. Ich muss doch wirst du es warten. Du bist ja braber. Ich sag so, ich schick an. Sicher. Aber der findet alles, ne? Du kannst ruhig vorfahren, der findet alle Wege, Alter. Ist der Blutwurt? Ja, wirklich. Du musst mir nicht klettern. Haben sie freigemacht. Das ist der absolut freigeräumte Trend. Du musst ja mal auf 8 Meter durchfahren, was die Jungs hier weggesägt haben. Ja. Zucker werden es mir in den Bäumen hochgestellt. Da muss ja gleich mal gucken. Da ist so viel weggemacht worden. Okay, aber auf jeden Fall von hinten. Und schon wieder von hinten. Die sind geschissen und dann zu viel hingeschmissen und auch eine weg. Jo. Sehr lecker. Ich schicke die Brombeeren rein. Guter Platz zum Parken. Okay, Puschen. Puschen und Mittels. Sind die breit? Ja. Dann nochmal richtig schön abkarte. Wir sind breit. Ja, ordentlich gesegt haben sie hier. Alle rum. Alle rum. Ja. Dann mach dir mal keine Sorgen. Ja. 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 Was ist denn das hier für eine Rampe, alter? Für eine Bretterbude. Ja, die muss man füllen. Da muss man füllen. Jetzt füllen wir ab. Da ist er. Okay, hier sind wir bauten. Das war falsch. Hätten wir auch da langfahren können. Ja, die gabel soll ja arbeiten, schau. Ja, das ist ja immer ein bisschen alter und nicht immer ein bisschen alter. Ja, meinen auch nicht ganz. Ey, Schätzelein, du hast es gut oder geil. Halt es gerade aus, weiter. Ja, genau. Hau weiter, ja. Ja, das ist Kickenlein hier ausruhen. Guck mal. Der Arme. Der ist geil, ne? Ja. Aber du hättest da gar nicht abkürzen wollen. Du wärst schön unter dem Baum rumgekommen. Da geht die Lein genau da rein. Oh was? Nein, kommst du nicht. Hab ich doch gesehen jetzt gerade. Ja, jedes Mal hab ich schmitten. Ich hab versucht, da runter zu kommen. Du bleib immer hängen und musst absetzen. Okay. Nur wenn du gleich durchschaust. Aber ich kriege den sonst nicht hin. Nee, hab ich nicht gehört. Hat er gerufen direkt unter. Hab ich nicht gehört. Hä? Hab ich nicht gehört. Nein, sonst ist es auch nicht da. Der ist unter. Da bin jetzt hier dieser. Das stimmt noch weiter, relativ. Also eigentlich wär's schön, wenn ich nicht drängen. Aber wir haben nur Flote, das wäre der Floatkanal. Das ist nur ein Float. Ey, das ist alles Floatkanal. Okay. Dann müssen wir ja noch irgendwas übrigen. Ready? Ready, got ready. Gut. Get up! Get up! Geh up! Geh up! Das haben wir verknotet. Guck mal, Alter! Den anderen kenne ich noch nicht. Okay. Der ist Lucy, Alter. Der ist gut Lucy hier. Und jetzt? Guck mal, hier ist immer rechts halt, wenn wir das Geld haben. Okay. Hier? Ja. Okay. Okay. Ja. Okay. Ja. 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 Alter, wenn ich die jetzt schon nicht sehe, ne? Ja, hier ist es. Ja? Wo ist denn dieser verkorkste Baum, den ich gesehen habe? Das stimmt, wenn du da hoch guckst. Ach da, ja, ja, da ist er. Ja, 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 ja. Genau hier gerade, da ist die Platte. Okay. Du müsstest von da, das ist ja andere Türke, von den Abschluss, aber der ist die ganze Zeit auf dem Camp. Ja. Dann müsstest du von da starten und ein bisschen rum und dann runter. Von hier aus wäre es technisch noch einfacher, aber hier kriegst du einen wahnsinnigen Speed, glaube ich, drauf. Und hier unter der Kache ist ein bisschen viel zu schnell. Dann springst du über die Kante und dann machst du den Runden. Oh. Muss abbrennen. Und hier unten bist du wie zu schnell, ey. Boah. Ja. Ja. Augen zu und durch. Ja. 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 Da wärst du sicherer drauf gewesen. Du bist echt, ey. Ich dachte, der fährt eigentlich zum Gucken und noch ein bisschen runter. Dann fährst du gleich los. Du bist doch oben da im Ast hängen geblieben. Aber dann geht das doch. Also wenn du durchgefahren wärst, wär eigentlich cool gewesen. Bis dahin hast du angebramst, durchgefahren. Ja, ja. Alles gut. Aber hier wirst du schnell geworden, ne? Ja, aber genau. Und dann kannst du hier nehmen. Ich muss genau. Und dann gehst du nämlich da rein. Richtig. Ich muss weg. Neuer Trail. Rader weiß auch nicht, was kommt. Mein Akku ist orange. Okay. Auf Camper. Auf Camper. Auf Camper. Ja, ja. Aber ich glaube, es kommt gleich wieder raus, oder? Auf Camper, ja. Hier kommt der andere raus, ne? Boah. Das ist Lucy, Alter. Das ist gut Lucy. Das ist gut Lucy, ey. Ja, ja. Da ist alles ein bisschen zu los hier. Und jetzt? Ja, nein. Da lang? Nein, da. Wir müssen direkt hier rechts rein gehen. Okay. Ah, hier? Ja. Echt? Ja. Okay. Ah, ja. Hier ein Jump, Alter. Guck mal. Da ist ein Jump. Hier ein Jump. Ah, hier fährt keiner, ey. Warte, warte. Hier. Hier fährt aber kaum einer. Aber ist geil. Steil ist geil. Aber... Ne, hier ist falsch. Alter. Hier lang. Ja, da gehe ich doch direkt geradeaus. Ich bin da runtergekommen. Ja, weiße nicht. Warte, 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 warte. Ich bin richtig da drücken. Junge. Kannst du ja gut anhalten noch? Hier kannst du gut anhalten. Echt? Ja, ja. Boah. Du kannst jetzt nicht so einschlagen? Boah. Weil hier kriegst du schön wieder Grip. Alter. Sieht man da aus, fällt so aus. Aber von hier aus gar nicht. Ok. Mach mal. Mach mal. Ich hab Schiss. ich bin jetzt mit dem Duro Vibes ich bin Duro Vibes ich hänge hier wenn sie richtig gut aussehen normalerweise hier schön rein fallen lassen genau so jawohl ganz genau genau so ja 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 gut gemacht also muss ich sagen gut gemacht und ich nicht ich nicht off-cam-ball ist gar nicht meins sauber gemacht alter sauber gemacht ralle das ist geil alter das ist übel sauber gefahren mann geil das ist krass alter auf jeden fall so losen aber du hast ihn mal gesehen der war voll am links trifft links hatte ich kann nur den ein wo die steinplatte haben wir gerade auch von oben runter die steinplatte ich habe den ausgelassen die die auch noch ausgelassen ist jetzt die steinplatte weil du kommst ja schon super schräg du kannst ja links und den zweiten trail fahren da kannst du da rein geben das geht wie dabei ist es von oben vor dem ersten trail aber das ist eigentlich technisch einfacher gerade runter aber du kriegst einen speed drauf du kannst dich anhalten weil alles so los ist aber der brauche ich noch mal hier so oft gehen wir scheiße bringt mir nix da weiß ich nicht da war jetzt nur so hoffentlich kommst du heil runter ja ja ohne mitschi alles gemeistert alle heil geblieben ja da ist was drin nix drin aber nix doch was drin so haut rein bis zum nächsten mal wenn euch das video gefallen hat lasst ein like da wenn ihr wenn ihr uns noch nicht abonniert hat das ist ab jetzt noch ein abo da haut rein ciao